Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Ich werde in diesem Video zeigen, wie ich einen anderen Podcast rezensiere. Ich weiß, wie das ist, einen Podcast zu hören und derjenige, der den Podcast erstellt, sagt einem, hey, bitte gib mir eine Rezension, bitte gib mir eine Rezension, bitte gib mir eine Rezension, aber ich ignoriere es einfach, ja, und deswegen möchte ich heute beweisen, dass ich auch die Podcasts von anderen Leuten rezensiere, ja. Hier ist mein Podcast und du findest ihn übrigens, indem du auf, indem du nach Authentic German Learning suchst in iTunes oder der Podcast App auf deinem Handy oder auf einer anderen App in deinem Android Handy. Okay? Also suche einfach nach Authentic German Learning und du findest den Podcast und kannst ihn ganz einfach abonnieren und bewerten. Wenn du auf meine Seite gehst, dann gibt es dazu auch eine ganze Anleitung, ja, how to write a review, ja, authenticgermanlearning.com slash listen und du kannst diese Anleitung auf Deutsch oder auf Englisch lesen. Dort ist wirklich alles genau erklärt und kannst auch auf Deutsch dir diese Webseite anschauen, ja, diese Seite auf Deutsch und dann siehst du das Ganze nochmal auf Deutsch, ja. Diese Einleitung ist ganz einfach gemacht und wenn du trotzdem etwas nicht verstehst, frag mich. Heute werde ich aber einen anderen Podcast rezensieren und ich hoffe, dass die Karma zurückkommt, ja, kennst du Karma, ja, Karma und ich hoffe auf gutes Karma. Also School of Greatness, okay? Das ist ein Podcast, den ich sehr mag und in diesem Video werde ich diesen Podcast rezensieren und hoffentlich tun alle Leute, die dieses Video sehen, dasselbe für mich. Das ist meine Hoffnung, ja. Das School of Greatness with Lewis Howes, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann und ich habe ihn schon abonniert, ja, aber hier klickt man, um einen Podcast zu abonnieren und hier sind Bewertungen an Rezensionen und dann schreibe ich hier eine Rezension, eine Rezension schreiben, bumm. Zum Bewertungen klicken ist toll. Fünf Sterne, ich liebe diesen Podcast. Und jetzt muss ich auf Englisch schreiben, weil die Leute diesen Podcast auf Englisch hören. Also, an amazing Podcast that inspires me every time, ja. Du kannst auch das Englisch schreiben. Wenn du meinen Podcast rezensierst, Rezension war schleicher. I've been listening to this Podcast for a long time and it inspires me every time. Ähm, twice every time. Ähm, I especially like the three truth questions at the end of each interview. It makes me think about my own three truth questions at the end of each interview. Ähm, I'm also a big fan of five, five minutes, five minutes, Fridays, Fridays. I'm Lewis Howes with some great truths just in us. Senden, bumm. So. Und das war meine Rezension für School of Greatness with Lewis Howes. Und, wie gesagt, wenn du meinen Podcast rezensieren möchtest, dann besuche einfach AuthenticGermanLearning.com Podcast und dann scroll runter. How to write a review. Ja, eine lange, lange Anleitung. Und du kannst auch die Seite immer übersetzen. Ja, diese Seite auf Deutsch. Und ja, dort ist alles erklärt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du einen tollen Podcast hören möchtest, dann höre doch mal rein. Vielen Dank und bis später.